Okay, sieh zu und lerne. Oh, ich lerne schon viel. Jetzt auf die Zockes, Pesels? Es muss laden. Laden? Es dauert ganz schön lange. Du bist zu oft. Wie geil. Wenn man etwas anschaltet, erratet man, dass es... Okay, los geht's. Oh, ist die Kürte? Gibt's ein Problem? Nein, nein, nur... Wie kriegt man... Wie kriegt man's zum Laufen? Du musst die Starttaste drücken. Das wusste ich. Ich hab's. Okay. Lauf auf die Kamera zu. Achso, ich muss jetzt spielen. Geht klar. Weiß ich doch, ich kenn doch das Ding. Hey, wo ist X? Egal, ich kann Crash Bandicoot spielen. In Uncharted. Haha, ich bin so gut. Oh Gott, das will... Ich hab doch hier die HD-Collection. Sieht nach Fuchs aus. Ja, Fuchs in Jeans. Okay, zerstören. Hilfe! Warum zerstören Fuchskisten? Beutel Dachs. Mach das eben. Fuchs. Das ist nicht sehr realistisch. Nicht sehr realistisch. Ich glaube, für euch ist das gerade... Oh Gott, und ich hab die HD-Collection hier noch rumliegen. Ich hab grad keine Zeit, den Untertitel zu lesen. Nein! Was ist jetzt los? Du bist reingefallen. Ich weiß, wie... Kletter ich raus? Oh, wie unrealistisch. Ich wär rausgeklettert. Er sollte klettern lernen. Klettern hat mir immer geholfen. Pass auf, die Füge. Pass auf, hab auch gepasst. Ich schaff dieses Level! Okay, aber diesmal fass ich auf. Ich schaff das. Ich bin Nathan Drake. Oh ja, gut gemacht. Ich hab's geschafft. Oh Gott, damn it. Was? Das war's? Selber schuld. Das kann doch nicht wahr sein. Ich war so gut wie am Ziel. Du kannst das nochmal versuchen. Komm schon, doppelt oder nichts. Mein Auto muss dringend gewaschen werden. Echt jetzt? Musst du jetzt auch noch darauf rumreiten? Es gibt auch diesen Einfachmodus. Ich stelle ihn dir ein. Wow. Es ist viel leichter. Weißt du, red ruhig so weiter. Red weiter. Was willst du tun? Ich warne dich. Was willst du tun? Ich warne dich. Echt jetzt? Was willst du tun? Zeig's mir. Ich sag's dir. Wie findest du das? Hey, bist du glücklich? Ja, na klar. Und du? Ähm. Ähm? Echt jetzt? Komm her. Noch nicht geöffnet. Geschlossen. Oh Mann. Oh Mann. Okay, ich komm ja schon. Ich komm ja schon. Arschloch. Ja, kann ich helfen? Ja, ich, äh... Suche meinen kleinen Bruder. Etwa ihre Größe. Etwas schlanker. Etwas weniger graue Schläfen. Sam? Schön, dich zu sehen, Nathan. Oh mein Gott, Sam. Wow, okay, okay, langsam, langsam. Wie? Ich dachte, du... Du wurdest getroffen. Ja, das stimmt. Genau hier. Oh Mann. Die Ärzte, Ärzte, die haben mich zusammengeflickt und zack, war ich zurück in der Zelle. Ja, aber ich habe rumtelefoniert, alles überprüft und es gab überall dieselbe Antwort, du seist tot. Nathan, wir haben den Wärter getötet. Ich sollte für den Rest meines Lebens in der Zelle verrotten und das wäre ich fast. Mensch, Sam, ich... Mann, hätte ich das gewusst, bei Gott, ich wäre sofort... Du wärst gekommen. Ich weiß nicht, ich weiß. Was jetzt zählt, ist, dass ich draußen bin. Hey, hey. Alles klar bei dir? Ich muss an die Luft. Ich muss an die Luft. Du wirst doch jetzt nicht ohnmächtig, oder? Nein, das ist ganz schön viel für mich, Mann. Wie... Wie bist du da rausgekommen? Wann bist du raus? Wie kommst du hierher, zu mir? Okay, langsam. Setz dich. Erzähl mir von dir. Von mir? Ja. Was soll ich da erzählen? Ich habe alte Bekannte angerufen. Wir erzählen ziemlich wilde Geschichten. Was für wilde Geschichten. Ein Bauchschuss? Du hängst an einem entgleisten Zug im Himalaya? Ja, das... Das ist echt passiert. Komm schon, Mann. Was habe ich verpasst? Mensch, Sam, wo soll ich da nur anfangen? Mit dem besten Teil. Äh... Eldorado, Champaná, komm, wir fangen vorne an. Okay, ähm... Erinnerst du dich an unsere Theorie, dass Sir Francis Drake seinen Tod vortäuscht hat? Ja, ähm... Okay. Das hat er. Ich habe den Sarg entdeckt. Vor der Küste Panamas? Ja. Ja. Okay, und jetzt halte ich fest. Ich öffne ihn also. Echt? Keine Leiche drin. Aber... Der Boden... ...ist sein altes Tagebuch. Verarschst du mich? Tja, was soll ich sagen? Noch eine verschollene Stadt zerstört und, ähm... Wir sind lebend rausgekommen. Gerade so. Unglaublich. Ja. Ja, das war's. Schade, dass du nicht da warst. Nein, es ist wirklich unglaublich. Du... Du stolperst schon wieder über eine archäologische Goldgrube und schaffst es, am Ende mit leeren Händen dazustehen. Wie immer. Tja, das ist wohl mein Schicksal. Aber ich habe schon hier und da ein paar schöne Sachen gefunden. Hat fürs Auto gereicht, das Haus, den Verlobungsring, den... Verlobungsring? Ich bin verheiratet. Unglaublich. Elena aus den Geschichten. Sie ist meine Frau. Du musst sie kennenlernen. Heute Abend. Dinner. Bei mir. Du kommst zum Essen. Dann erzähle ich hier von dir. Mist, ich muss hier von dir erzählen. Nathan. Ich stecke in Schwierigkeiten. Was? Wovon redest du? Was ist denn los? Sagt dir der Name Hector Alcazar irgendwas? Ja, dieser Drogenbaron. Der Schlechter von Panama, oder? Wieso? Eine lustige Geschichte, aber... Im letzten Jahr war er mein Zellengenosse. So bin ich aus dem Knast gekommen. Liest du es gar nicht? Samuel, komm her. Hör mal. Die Wachen. Sie singen. Naja, die sind bestimmt besoffen. Kann sein. Aber sie sind zufrieden. Wie können sie mit ihrem mickrigen Leben zufrieden sein? Ihrem erbärmlichen Job? Naja. Sie haben Ehefrauen, die auf sie warten. Was haben wir? Nichts für Ungut. Wir haben Ehrgeiz. Oh. Und wenn wir hier rauskommen, wird uns dieser Ehrgeiz weiterbringen, als es sich diese Idioten vorstellen können. Tja, dein Optimismus in allen Ehren. Was hast du vor, wenn du hier rauskommst, Samuel? Das heißt, falls ich hier rauskomme. Du kannst es dir sicher vorstellen. Komm ich. Aber ich will, dass du es sagst. Ich werde den größten Piratenschatz aller Zeiten finden. Was du inzwischen bestimmt schon nicht mehr hören kannst. Oh nein. Die Geschichte von Henry Avery und seinen 400 Millionen in Juwelen und Gold ist mein liebstes Schlaflied geworden. Glaubst du wirklich, du kannst ihn finden? Wenn ich die Chance dazu habe? Auf jeden Fall. Ehrgeiz. Wie heißt das Zitat von Avery? Ich bin ein Mann des Glücks und ich muss mein Glück suchen. Mir gefällt, wie er denkt. Was zum Teufel? Die Chance unseres Lebens. Signora Cazar. Elegalero. Sag mir de qui. Oh. Was ist das mit ihm? Samuel. Bist du bereit, dein Glück zu suchen? Ja. Vamonos. Ach, muss ich jetzt ihn spielen. Hector Alcazar. Ich verstehe kein einziges Wort, aber... Fantastico, das habe ich sehr wohl verstanden. Wie lange hast du das schon geplant? Seit ich hier reingekommen bin. Oha. Samuel, beeil dich. Wir müssen schnell sein. Heilige Scheiße. Ein bisschen Banane seid ihr jetzt aber nicht, oder? Was? Was? Ich kriege eine Waffe. Oh, danke. Ich bin ein bisschen mehr. Ja, das kommt schon wieder. Wir haben alle die Körpers. Hector! Damit löst du einen verdammten Aufstand aus. Ja, genau. Hacke an. Ach so. Ach so. Ach so. Oh, Backe! Ah, jetzt ist das jetzt einfach diese Sound-Einstellung. Weiß ich nicht. Ändern die sich hier jedes Mal, oder? So. Passte das? Ja.